Okay, dann starten wir und ja, Centus ist kacke, weil er wieder nichts gesagt hat, dass er einfach gestartet hat, seine Aufnahme. Sieht auf jeden Fall fett aus. Und jo Leute und damit bekommst du Minecraft PvP mit dem Flash-Shooter und Trampolin mit dem Centus und Trampolin. Wir sind auf dem DustMC-Server drauf. Link packen, äh, IP packen wir ja gesagt unten in die Videobeschreibung rein. Das ist einfach so. Sterbe ich eigentlich, sterbe ich eigentlich? Wenn du rausfliegst, weiß ich gar nicht. Nö. Okay, langweilig. Also, Ani-God-Mode. So, wir wollten einfach mal, äh, was haben wir denn? Beast-Mode ausprobieren, genau. Ja, der Beast-Mode ist das. So, Schätze kennen, wo gehen wir denn rein? Ich würde das so machen, dass ich Cuts reinmache, dass die, ähm, Wartezeiten übersprungen werden. Welche Wartezeiten? Ja, dass das nicht so lange für die dauert, bis sie nicht so rund und so mal beginnt. Achso, ja, das ist klar. Wollen wir mal rein, bei den 12 von 17, äh, ne. Hier, 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 wo ich, den 9er, oder? Oder 11 von 16. Kommst in die nicht rein, nur da, wo grün ist. Achso, ähm, ja, wo 7, ne? Ja. Bin drin. Okay, ich auch. Okay. Und das Team will. Welches nimm ihr? Äh, ich hab Bock auf grün. Ja? Ah. Wisst euch, geh weg. Zu viel in diesem Team. Äh, 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 du bist rot, ich bin rot. Rot, schnell. Befehl in diesem Team. Nein. Befehl in diesem Team. Nein. Gelb bin ich jetzt, komm mal in gelb rein. Okay, ich hab gelb drin. Okay. Was ist das? Ähm, geh mal auf, ach so, Shop. Einmalige Kitze für Shop, einmalige Kiste, Mülleimer. Ach, Kids sind das. Achso. Äh, wie ist das? Warrior, Tank, Archer. Dauer auf die Kids, äh, einmalige Kids. So. Äh, Pricey. Du hast nicht genug Coins. Man muss sich erstmal Coins verdienen, dass man das kriegt. Ja. Das ist normal. Sollen wir die alle mal trollen? Nein. Was machst du? Weiß ich nicht, ich hab einfach eine lange Weile. Mal Hallo sagen. Ciao. Hm? Achso, 17, 16 Sekunden noch. Hm. Naja. Ja, so ist das. Naja, dann kriegt man ein zufälliges Kit, würde ich sagen. Ja. Das Biest, ich kenn das Spiel überhaupt nicht. Ich auch nicht, ich weiß ja nicht mal, wie das geht. Ich auch nicht. Äh. Geh nix. Ich auch nicht. Ah. Was geht jetzt ab hier, hallo? Das ist dunkel. Fuck. Was ist das? Ich bin tot. Ah, ja. Hä, was muss man jetzt hier machen? Was muss man hier machen? Die rauskommt. Wo? Irgendwie. Vorne, wenn du weiterläufst. Aua, ich brenne. Ich brenne! Das hab ich alles verlieben. Du bist, man ist ja irgendwo drin. Ich glaub, man sollte sich das vorlesen. Warte mal. Gucken, was das überhaupt ist für ein Mond. Äh. Grafikeinstellung. Okay, Helligkeit hab ich schon hochgedreht. Ja, du siehst das nicht. Das wurde extra so gemacht. Shader. Wie geht das? Keine Ahnung. Warte mal. Kann man hier nicht schreiben? Was muss man... Was macht man hier? Bah, ey. Was ist das? Nein, ich brenne. Ich stirb schon wieder. Ach, komm, ey. Boy. Ich glaub, ne Truhe... Achso, hier sind sogar Truhen versteckt. Ach, Block vom Gegner abhauen. Runterspringen. Ich sterbe euch schon wieder. Mann! Man muss wahrscheinlich weiterkommen irgendwo. Da unten ist auf jeden Fall Lava. Okay. Das ist ne ganz dunkle Welt. Kacke, ist das mies. Mann, ist mir nicht in so'n Maul drin. Ich glaub, ich sterb da schon wieder. Und... Ne, ich sterb schon wieder. Ah, ich... Wurde! Und vor allem schreibst du das auch noch? Das ist mies. Ich weiß noch nicht, wo ich hingehen muss. Boah. Ja. Boah, ey. Ich habe null Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen muss. Ist nicht nur für VIP eigentlich. Ja, klar. Wenn er dir darauf... Ich weiß nicht, wo ich hingehen muss. Boah. Ich sterb schon wieder. Ich hab keinen Bock mehr. Wie läuft das? Wir sind auch Truhen hinten. Ja, aber das Problem ist, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich bin irgendwo weiter unten. Ja. Und sterb schon wieder. Du kannst ein bisschen cheaten. Und zwar durch den Shader. Warte mal. Mach mal den Shader aus. Ach nee, ernsthaft? Ja. Ernsthaft. Durch den Shader ist das viel zu dunkel gewesen. Das kapiere ich das. Schön. Biestenmode ist genau das gleiche hier mit kaufen. Hä, was macht man jetzt hier mit? Mit den Sachen? Man kann sich Sachen holen. Ach so. Was gibt der hier? Ah ja. Wir sollten nächstes Mal nicht mit den Shader spielen dann. Ja, leider. Aber. Hä? Ach, das ist hier. Ah, guck mal, die bauen sich hier rum. Ah. Ja. Das ist das nämlich. Du musst ja auch Baumaterial holen. Ja, hab ich schon. Was müssen die abbauen? Ach, den. Den Blockkorn. Das ist wahrscheinlich das Bett. Bye. Ich kann kotzen. Hey, Zentos? Ja, Mama. Ich wollte die einfach mal und tu das einfach mal in die Kiste rein. Ich habe null Ahnung. Wir müssen uns rüberbauen und das von denen abbauen. Resistenz. Okay. Nice. Du kannst hier Rüstung holen. Da, ich brauche zwei Gold. Ich brauche zwei Gold. Ich brauche zwei Gold. Ich brauche noch Eisen. Mein Schwert. Zack, zack. So, ich habe mein Schwert. Geh weg. Ich will kein Schwert. Wir sind da drüben. Ach, hier sind mehrere Teams. Löscht das. Ich habe aber kein Pfeil. Wo kriege ich denn Pfeile her? Ja, aus den Shops da oben. Da kriegst du alles raus. Wir müssen den Bau haben. Ganz, ganz links. Weiß. Kostet zwei Gold. Der mit Infinity nur. Und Power 2 kostet sechs. Fuck. Alter, wo sind die Scheiß Pfeile? Da. Was kostet denn Pfeile? Ein Gold, ey. Äh, Protection Infinity auf der Brust? Okay. Komm, noch mehr Gold, komm. Bye. Wie gesagt, das läuft so lange bis das Ende ist hier. Ende im Gelände. Ja, ich lecker dich schon da hinten mit dem Bogen. Cool. Na, mir fehlt noch ein Gold. Wie viel produziert hier wird, ne? Das ist unglaublich. Ja, am meisten von dem anderen. Egal. Dass man sich rüberbauen kann. Ja. Dann müssen wir ein bisschen sammeln, dass man es dann rüberbauen kann. Ja, dann bleib du da stehen. Dann bleib du da stehen. Ah, Pickaxe. Okay. Pickaxe. Ach, guck mal hier. Noch mehr Blöcke. Glowstone. Spitzhacke. Spitzhacke, ja. Ah, drei Silber. Ich bleib hier schon. Wir müssen alle paar Minuten da rüber gehen. Mhm. Ein Gold brauche ich noch. Ah, da. So, zack. War nochmal. Verdammt, Alter. Hat das geleckt. Was denn? Wie hat das geleckt? Hm? Weiß ich auch nicht. Wollen wir mal essen, ne? Ha, Team Rot ist ausgeschieden. Okay. I got you. I got you. Oh. Fucker. Vielen Dank.